hallo meine lieben und schön dass ihr wieder mit dabei seid ihr seht schon hier heute wird es wieder einen kleinen bastel tipp für euch geben ich habe das schon mal abgeschnitten weil ich nämlich mit meinem sohn was nettes gebastelt habe für jemanden und da kam ja die idee da könnte man doch eigentlich maschen markierer draus machen so ganz einfache oder welche als anhänger oder dann auch etwas längere für große häkel oder strickstücke ihr habt bestimmt alle solche maschen markierer wenn ich es gehen auch andere oder büroklammern wenn man sich zum beispiel büroklammern auseinander biegt kann man das auch als maschen markierer nehmen das habe ich auch schon gemacht hier ist zum beispiel eins aus einer büroklammer mit einem schmetterling dran und jetzt habe ich ich hatte mir die letztes jahr bestellt und ich bin total glücklich mit denen wenn ihr fragt wo es die gibt achtung werbung beim großen a ich habe mir das selber gekauft und hier kannst du jetzt frei wählen welche farbe du nimmst ich nehme ich hatte hier blau rosa und gelb dann nehme ich jetzt mal silber um in der farbe zu bleiben so und dann kannst du ganz einfach diese klammer lösen hier habe ich jetzt noch eins übrig ach so wo ich das schmuck set her habt das schmuck set habe ich mir beim teddy gekauft und für 1,99 kann man echt nichts falsch machen das ist normalerweise für ketten mit diesen herzchen dran und hier hat man verschiedene ösen hier ist so eine etwas größere öse und du kannst dir die jetzt nehmen zum beispiel und kannst dich ja drauf machen auf die schere und auseinander und dann geht das hier an dieser stelle super schön auseinander wenn du ja hinten das so spreizt dann löst sich hier vorne das und du kannst jetzt besser damit basteln du kannst jetzt erst mal ein herzchen rein machen es gibt auch verschiedene einzelne andere anhänger dort im teddy oder wenn du auch die haben zum beispiel auch solche kleinen blümchen oder so etwas oder andere kleine süße perlen oder auch knöpfe kannst du verwenden oder herzchen mal sehen ob ich noch ein herzchen für euch finde ja ich habe das jetzt hier liegen weil mein simon ist gerade so in seiner bastelphase ja hier ist zum beispiel das kennt jeder diese herzchen sind zum beispiel bei diesen osterhasen dabei ich heb mir das dann auf weil das kann man dann auch super schön als maschenmarkierer verwenden oder wenn man bollets kriegt dann sind manchmal auch herzchen dabei oder was ich ja auch süß findet diese kleinen hände die kann man so was kann man sich auch alles achtung werbung beim großen a bestellen und dann kann man das einfach hier so rein machen in diese große löse und noch so eins zum beispiel haben die hier unten da kommt ja dieser schmuck draht normalerweise durch durch diese kleine löse und du machst das einfach hier drauf und dann kann man es hier wieder schließen auch mit der schere muss man sehen wie man das hält dann so und wenn das geschlossen ist dann kannst du ganz einfach hier durch das machen so und schon hast du einen neuen maschenmarkierer oder jetzt sagen auch viele pro christ keeper und dann ist er schon fertig und jetzt wünsche ich dir viel spaß beim nachmachen hätte ich mir auch schon so eingebastelt oder hier nur mit so einem ich halte euch mal hierhin seht ihr das schon ich glaube ja ihr müsst ihr das super sehen nur mit so einem unter dran oder gleich das herzchen nur so rein also es ist total wunderschön geworden und jetzt wünsche ich dir viel spaß beim basteln deine nicole